Liebe Kemptnerinnen und Kemptner, heute wende ich mich aus einem besonderen Anlass an Sie. Der neuartige Coronavirus hat sich mittlerweile in vielen Ländern ausgebreitet. Auch in unserer Stadt Kempten ist er angekommen. Seit Anfang dieser Ausbreitung arbeiten wir intensiv mit dieser Thematik. Dazu sind Landrat Anton Klotz für den Landkreis Oberallgäu und ich als Oberbürgermeister der Stadt Kempten in einem Stab mit vielen Fachleuten und Experten, eng mit den Gesundheitsbehörden, in einem guten Austausch. Ich möchte Ihnen deutlich sagen, dass wir uns besonnen und umsichtig verhalten sollten. Es besteht überhaupt kein Grund zur Panik, aber es ist wichtig, dass wir uns insgesamt vernünftig verhalten. Alle Behörden, ob im Landkreis oder in der Stadt Kempten, sind dazu in einem ständigen Austausch. Die Lage wird täglich neu bewertet und über eventuelle Entscheidungen auch beratschlagt. Es ist wichtig, dass wir die Ausbreitung des Virus insgesamt verlangsamen. Und dazu kann jeder Einzelne einen Beitrag leisten. Beispielsweise durch ganz normale Hygienemaßnahmen. Ob es das tägliche, regelmäßige Händewaschen ist oder das Niesen in die Ellen beugen. Auch ich persönlich bin mittlerweile dazu übergegangen, auf den obligatorischen Handschlag zu verzichten. Ich denke, ein freundliches, wertschätzendes Lächeln tut es auch. Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir können davon ausgehen, dass sich das öffentliche Leben in den nächsten Tagen und Wochen doch ein Stück weit verändern wird. Alle grundlegenden, wichtigen Informationen dazu bekommen Sie auf unserer städtischen Website unter kempten.de. Hier werden wir tagesaktuell über neue Informationen und eventuelle Entscheidungen informieren. Wenn Sie darüber hinaus telefonisch sich informieren möchten, können Sie dies gerne über die Hotline des Gesundheitsamtes oder des Bayerischen Gesundheitsministeriums machen. Bleiben wir besonnen und bleiben Sie gesund. Dankeschön. 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 Vielen Dank.